Häufige Einsätze. Huch, Sniper. Äh, da dort zwei. Das kill ich mich auch selber. Super. Und der tanzig ist mich. Klasse, klasse. Aber wegen dem Leck da gerade, ne? Wäre der Leck nicht gewesen, dann wäre es ein Doppelkill gewesen. Da hätte ich mich und ihn gekillt. Ja, aber das ist fair, das Match, ne? Das ist nicht so unausgelegen wie die letzte Map gerade. Oder vorhin. Oder die letzte Server, whatever. Nein, ich wollte dieser Satoshi nicht ausrüsten. Verdammt, jetzt kann ich die Waffe nicht wechseln. Okay, jetzt muss ich einen auf Kamikaze machen. So, ich camp einfach hier hinten. So, und warte, bis da jemand reinkommt. Ah! Ja, jetzt müssen wir wohl, oder übel, mit dieser Satoshi hier. Oh, ein Dispenser. Zerstören! Ich habe ihn zerstört. Ah, komm! Ah, komm! Ich will mich erneuen. Nein! Er hat sich gerecht, weil ich seinen Dispenser zerstört habe. Verdammt! Patched Wok. Uh, jetzt sind wir schon fünfbester. Verdammt, wir wurden gerade von Spieler 1 überholt. Der sollte vielleicht mal seinen Namen ändern. Na ja. Huch! Ich war gerade in dem Heavy. Ich bin nämlich ein Geist. Ich spuke in den Körpern meiner Kollegen. So, zerstört man eine Sentry, die schlecht platziert wurde. Ich glaube, der wusste nicht, dass eine Sentry eine begrenzte Reichweite hat. Na ja. Aber es wäre ja auch unfair, ne? Denn ansonsten... Huch, wo kommst du denn her? Ach, der will sich wieder rechnen, dass ich da eine Sentry zerstört habe. Boah, der ist wirklich sauer auf mich. Habt ihr gerade extrem, wie der auf mich geschossen hat? Unglaublich. Scheint vielleicht emotional zu sein. Oh, der wird bei den Sentry zerstört. Der muss ich erst töten. Oh, hallo, Kollege. Äh, was? Schau, dass man nicht hier drauf kann. Wobei, kann man sogar mit einem Haftgruppensprenger... Hm, ich überleg's mir mal. Vielleicht im nächsten Spiel oder im nächsten Match, whatever. Was, in 10 Sekunden? Was, wir gewinnen hier? Was, das ist jetzt? Merke. Oh, das tut du jetzt noch zu retten, was zu retten ist, wie ich vorhin. Na komm, den will ich noch. Jawoll. Hey, cool, wir waren Zweitbeste. Sehr schön. So muss man das spielen. So, und jetzt mache ich das, wie ich es angekündigt habe. Ich werde jetzt einmal mit dem Haftpumpenspringer ein bisschen rum experimentieren und diese Ausrüstung ist perfekt. Loch Nesser, ja gut, ich habe keine andere Waffe außer den Loch Nesser, aber ich glaube, die ist gar nicht mal... Oh, muss ich hier wechseln? Und zwar das hier. Schinkenkeule. Ich wechseln zu... Nein, Satoshi wollen wir nicht. Persische Säbe vielleicht. So. Dann hier wechseln. Okay, so stelle ich mir das vor. Ja, so kommt man auch bequem. Von A nach B. Boah, das ist so gemein. Ich hasse mich dafür. Das ist echt so gemein. Das ist jetzt auch ein bisschen campen, ne? Boah, das war mal wieder godlike von mir. Okay, ich nehme es zurück. Das war scheiße. Verdammt, jetzt nominiert mich sogar jemand. Vielleicht soll ich diesen Trick anwenden, wenn der Kontrollpunkt vom Feind besetzt ist. Ja, ich glaube, das wäre gar nicht mal so uncool. Eigentlich wäre es cool, wenn sie hier zwei Sentries hin platzieren würden. So Level 3, ne? Ich weiß nicht. Soll ich das vielleicht machen? Na gut, wir haben ja noch nie eine Sentry-Level 3 so richtig im Let's Play jetzt eingesetzt. Das fällt mir jetzt so auf. Die Nups werden jetzt denken, was macht ihr da? Huch, nein, ich lege. Du darfst mich nicht angreifen. Ich lege. Lass mich in Ruhe. Ich lege. Hör auf, hör auf, hör auf. Gut, jetzt darfst du wieder. So, halte mich mal bitte. Nein. Verdammt. Naja, irgendwann hat er gewartet, bis ich aufgehört habe zu lecken. Das ist sehr sozial von ihm. Okay, ich glaube, ich werde jetzt eine Sentry-Level der Stufe 3 bauen, auch wenn sie, glaube ich, leicht zerstört wird und ich mich dann aufregen werde, aber egal. Benötigt keine Munition. Ich nehme mal die hier. Und baue jetzt einfach mal eine Sentry der Level der Stufe 3 oder Level 3, whatever. Gut, halt, nein, ich muss die Klasse wechseln. Das möchte ich nicht, sondern das hier. Gut, dann hier eine Sentry. Ich hoffe, ein Spy wird die jetzt nicht antasten, sag ich mal. So, jetzt leckt es auch wieder ein bisschen, aber es macht nichts. Wir sind ja eh gerade beim Bau einer Sentry. Gut, jetzt hat sie schon Stufe 2. Das ist gut. Jetzt müssen wir halt nur noch aufpassen, dass wir auf dem Weg dorthin nicht sterben. Vielleicht sollte ich noch einen Teleporter bauen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so uncool. Das Mensch dauert noch eine Minute. Jetzt leckt es. Jetzt habe ich gerade einen fett 0 FPS gerade. Mission, 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 Mission. Mission End, Mission End, Mission End. Ja, 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 wir haben kapiert, Vibe. Geh an den Herd, anstatt hier mich zu belästigen hier. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Nichts gegen Frauen. Mann, gleich kommen so nackte Feministen rein, oder wie die auch heißen. Da gibt es doch so eine Gruppe, da ziehen sich so bis auf den Oberkörper aus. Äh, und ja, da demonstrieren sie irgendwie. Irgendwas Fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-na oder so. Keine Ahnung, da habe ich gestern eine Doku angeschaut. Man, okay, ich glaube, das können wir uns jetzt ersparen, dass es hier zu bauen. Ich meine, wir haben ja jetzt eh wahrscheinlich gewonnen. Na gut, dann haben wir halt die ganzen Sachen jetzt einfach mal so umsonst gebaut. Oder vielleicht auch nicht. Na doch, haben wir. Man, warum leckt das jetzt so? Hm, ich werde hier mal reingehen. Verdammter Leck. Ich hoffe, das fängt sich jetzt bald wieder. Nein, immer noch nicht. Ich mache mal kurz einen kleinen Break, dann geht es vielleicht wieder. So, okay, jetzt habe ich es wieder aufgenommen. Eine Besserung scheint nicht vorhanden zu sein. Das ist schlecht. 3, 3, 3, 3, 3. Schön, dass du bis 13 kannst. Ich bin stolz auf dich. Na gut, dann spielen wir heute halt ein bisschen mit ein paar Lecks rum. Liegt es vielleicht daran, dass ich als Ingenieur spiele, dass es so leckt? Zu viele Pixel für den Ingenieur. Ist das möglich? Ne, das betweifle ich. Jetzt spiel, hör auf zu lecken. Gleich werde ich wütend. Oh, ich bin jetzt schon ein bisschen wütend. Ich gebe es zu. Mann, mein PC, der macht gerade so laute Geräusche. Ja. PC? Also, PC, du ärgerst mich jetzt zwar ein bisschen, ne? Muss ich dich jetzt auch wieder erziehen, dass du aufhörst mit den Lecks? Ich bete, der Spyder hat sich jetzt auf mich fixiert. Was machst du denn? Ach komm, Leute, mit 6 FPS zu spielen, das ist doch... Das ist wie Pommes ohne Ketchup. Oh Gott, das kotzt mich gerade sowas von an. Und das ist ja auch so, als Ingenieur muss man ja aufpassen, ne? Falls da was kommt, zum Beispiel ein Spy, der dich hinter rückst, ersticht. So, jetzt platziere ich den anderen Teleporter beim Kontrollpunkt dran, ne? Damit meine Kollegas schnell und bequem zum Ort des Geschehens kommen. Ich hoffe, die zerstören ihn jetzt nicht. Oh. Oh. Ja. Aber mein Teleporter hat überlebt. Yay. Und er wird gerade aufgebaut. Er hat zwar ein bisschen Schaden bekommen, aber er wird gerade aufgebaut. Das ist sehr gut. Na los, Teleporter, gleich bist du aufgebaut. Dann werde ich mein Sentry dort platzieren. Oh Mann, oh nein, oh nein. Die ist gleich immer... Die ist immer... Scheiße. Wie auch immer das war, ich hasse ihn. Egal, ich spiele jetzt einfach so weiter. Ist mir scheißegal, ob es laggt. Was zum... Das kostet mich mittlerweile so an, dass es mir jetzt scheißegal ist. Aus Minus und Minus wird Plus. Ist ja auch wie bei Mathe rechnen. Wir haben Minus, Zahlen multipliziert, ergibt Plus. So, jetzt hat Teleporter. Schnell platzieren. Schnell wie es geht. Einfach scheiß doch. Einfach auf das Scheißen, was hier jetzt in der Umgebung passiert. Teleporter platzieren. Gut, jetzt haben wir den Teleporter. Yeah, mit zwei Bildern pro Sekunde. Oh Gott. Ähm. Ja. Ich versuche jetzt einfach mal, das zu fixen. Sonst sehen wir uns gleich wieder. Na, jetzt geht's auch einmal wieder. Okay. Bei der Ankündigung geht's wieder. Super. Jetzt läuft es auch einmal sogar superflüssig. Unglaublich, unglaublich. Hey, benutzt mein Teleporter, du... Scheige. Eigentlich wollte ich hier jetzt meine Sentry mitnehmen. War, glaube ich, gut, dass ich es nicht getan habe. Denn dieser Pyro, der... Ja, der hätte sie, glaube ich, zerstört. Vielleicht wäre es klug, meine... Äh, die Sentry zunächst zum Ort des Geschehens zu platzieren und dann den Teleporter zu platzieren, habe ich glaube... Oh. Nanananana. Nanananana. Mission endet in 60 Sekunden. Kontrollpunkt verloren. Ach, komm schon. Wie auch immer das war, ich hasse ihn. Aber mein Teleporter hat überlebt. Dafür war der Spy zu feige. Einfach schnell selber platzieren und sich verpissen. Scheiß auf den Teleporter. Kontrollpunkt, Gesicht, Alarm, Eroberung des Kontrollpunktes. Gut, der Teleporter ist platziert. Und jetzt... Jetzt sehe ich den Ausgang. Und zwar auf dem Dach wäre eigentlich ganz nett, ne? Genau, ich platziert mal hier. Irgendwo auf dem Dach, wenn es gegenwürde. Hier geht's. Sehr schön. So. Ich hoffe, den sieht jetzt niemand. Oh, der Match ist eh gleich wieder. Vorbei. Ich wechsle klasse. Ich muss mich jetzt irgendwie abreagieren, denn ich glaube, dieser Spy, der hat's auf mich abgesehen. Er hasst mich. Weil ich Texaner bin oder was weiß ich noch. Es für Leute da in Amerika gibt's. Ich hasse ihn. Also wer auch immer das war, ich hasse dich. Ich werde mir deinen Namen merken. Nach der Aufnahme werde ich mir deinen Namen notieren. Und auf meiner Deathlist aufschreiben. Und den auch. Ich verpiss mich. Das tue ich mir doch nicht an hier. Für wen hält er mich? Für einen Demos-Man? Oh. Ja, jetzt waren wir nicht ganz so gut wie vorhin, weil wir als Engineer gespielt haben. Wir sind nur noch jetzt deutlich abgesunken von unserer Position von Platz 5 runter auf die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Egal, jetzt werde ich wieder in die Offensive gehen nach dieser peinlichen Engineer-Runde. Ach komm schon, was denn jetzt für wieder... Na na na. Na na na. Das geht so nicht. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht soll ich als Pyro spielen, dann kann ich diese ganzen Projektile hier zurück... Blasen. Blasen. Lustiges Wort. Hoch. Rocketjumper. Wat? Blackbox. Ich wechsle jetzt... Und nein, der Rainblower, der funktioniert nicht für die Rücksendung-Dingens, ne? Ähm, das heißt, ich werde... Oh, ich habe auch ein Prologis-Dinator. Habe ich den denn gefunden? So was. Ich dachte, ich habe gar keinen. Überraschung. Leute, warum so schlecht jetzt, ha? Ach so, ich wurde gewechselt, stimmt. Na komm, lass auf mich. Hör, wann geht das nicht? Hey, ich... Warte, ich wollte... Ja, kann man hier nicht mal ein bisschen austesten, ob der... Ob das Blasen hier funktioniert? Mann, das hört sich so falsch an. Oh, Vorratskiste. Für... Den... Medic, glaube ich. Wom geht das nicht? Okay, äh, jeglicher Feuerschaden lädt's... Ähm, 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 auf. Aktivieren für Heilung und kritische Treffer für mehreren Schaden. Nachteil? Minus 10% geringer Schaden. Keine zufälligen kritischen Treffer und keine Airblasts. Ah, da habe ich ja genau die richtige Waffe genommen. Airblast kosten, dann ist das eigentlich die einzige Waffe, die den Airblast so richtig benutzen kann. Also gut, die hat einen positiven Effekt, dass man die Waffe schnell wechseln kann. Das sollte ich vielleicht ausnutzen. Und zwar nehme ich hier die Signalpistole und eine Waffe, die ich schnell wechseln kann. Und zwar... Ähm, beseitigt Zeppar, äh, blablabla, Accinator. Immer kritische Treffer bei brennenden Spielern. Spielen, ja. Gut, damit fuck ich sie an und dann wechsle ich schnell die Waffe zum Postpügler und prügel ihnen die Scheiße aus dem Hals. Genauso mache ich das. Und diese Waffe hat Airblast, sehr gut. Hallöchen Leute! Hier kommt der Weihnachtsmann! Ich habe... Ein heißes Spielzeug für euch. Und ich rede hier nicht von Sextoys. Ähm, was? Mann, was rede ich hier jetzt für Mist? Für Mist, ja. Jut, okay. Ich schleiche mich jetzt an. Eins, zwei, drei. Oh. Verpiss dich! Verpiss dich! So, ich schleiche mich jetzt dort dort an. Hallöchen! Nein! Ey, kämpft der da? Wenn er dort kämpft, bin ich wütend auf ihn. Der kämpft bestimmt da. Oh, wir sind Drittbester. Sehr gut. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein paar das Spiel verlassen. Mission endet in 60 Sekunden. Huch, wann haben... Wen haben wir denn da? Nanananana. Das geht so nicht, mein Freund. Sich da einfach als Spy tarnen, während du als Spy spielst. So, jetzt schnell Punkte einnehmen. Ich muss jetzt aufpassen. Links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts. Spy, bist du Spy? Nein, gut. Oh, Medic. Böser Medic. So, kommt da jetzt vielleicht noch was? Was zum? Na los, schieß auf mich. Haha. Ich kann die Spiele weiterspielen, wenn du willst. Ich kann das den ganzen Tag machen. Verdammt, keine Moni mehr. Das kotzt mich jetzt an. Okay, okay, ich lasse jetzt meinen Russen wieder aus meiner Haut raus. Haut raus, ja. Jeder hat ja irgendwie in seinem Körper einen tiefen Russen. Deswegen ist Russland auch so groß, weil jeder Mensch einen kleinen Russen in sich hat. Huch. Was zum? Was war das denn? Ja, chill mal. So. Oh, Sniper. Ich verpiss mich. Hier würde er mich nicht treffen. Hehehe. Oder vielleicht doch. Jetzt trifft er mich. Tja. Oh, das ist in 30 Sekunden. So. Ich habe das. Ich habe das. Das ist in 30 Sekunden.